in diesem video möchte ich euch die updated version zeigen von dem grabsteinglitz wie ihr unendlich geld machen könnt hierfür würde ich euch empfehlen erstmal paar missionen zu machen in einem spiel so dass ihr eine menge geld anspart ich habe zum beispiel 24.000 wenn ihr dann ordentliche summe habt dann rüstet das grabstein perk aus und bringt euch um wichtig hierbei ist dass ihr nur ein item im rucksack habt leute wenn ihr dann tot seid blutet aus gibt auf und danach könnt ihr einfach auf spiel verlassen gehen und jetzt müsst ihr den operator wechsel und ein neues spiel suchen leute sobald ihr dann im spiel seid wird euer grabstein schon auf der karte markiert und angezeigt ihr müsst jetzt dort zu eurem grabstein gehen wenn ihr den dann öffnet leute habt ihr hier das ganze geld ich habe jetzt ein paar items mehr weil ich vorher den duplizieren glitch gemacht habt den neuen aber wie ihr seht habe ich jetzt mehr geld und ihr könnt das ganze jetzt wiederholen ihr müsst einfach nur jetzt wieder einen grabstein holen dann geht irgendwo hin und lasst euch töten und wenn ihr auf dem boden seite wieder aufgeben ausbluten und danach das spiel verlassen dann wechselt wieder den operator suchen neues spiel geht zum grabstein und hebt alles auf wichtig dabei leute lassen im rucksack nur ein slot besetzt nimmt am besten den zweiten slot und je nachdem kriegt ihr dann mehr geld leute für die freien slots wie ihr seht ich hatte gerade 70.000 und jetzt habe ich schon über 200.000 und das ganze könnte jetzt beliebig oft wiederholen bis ihr 999.000 punkte habt das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und ein kostenloses abo damit die immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao